Modelltest 14 Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Leider sind zurzeit alle Leitungen besetzt. Unsere Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Das BMW-Museum ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Über unser BMW-Junior-Programm mit den verschiedenen Workshops können sich Kinder, Eltern und Lehrer unter www.bmw-welt.com informieren. Auch unser Prospekt BMW-Junior-Programm erleben, forschen, bauen, kostenlos bei uns an der Kasse erhältlich, gibt Auskunft. Anmeldung zu den Workshops unter 089-125-0160 oder E-Mail an junior.programm-at-bmw.de. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Leider sind zurzeit alle Leitungen besetzt. Das BMW-Museum ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Über unser BMW-Junior-Programm mit den verschiedenen Workshops können sich Kinder, Eltern und Lehrer unter www.bmw-welt.com informieren. Auch unser Prospekt BMW-Junior-Programm erleben, forschen, bauen, kostenlos bei uns an der Kasse erhältlich, gibt Auskunft. Anmeldung zu den Workshops unter 089-125-0160 oder E-Mail an junior.programm-at-bmw.de. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun zu unseren Verkehrsmeldungen. Auf der A1 Richtung Hamburg ein Kilometer Stau wegen dichten Nebels. Autofahrer werden gebeten, den Wetterverhältnissen entsprechend vorsichtig zu fahren. Die Ausfahrt Hamburg-Harburg ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Polizei empfiehlt, auf die Ausfahrt Stillhorn auszuweichen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Die Berlinische Galerie ist das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Wir präsentieren Ihnen zur Zeit und bis zum Jahresende Kunst in Berlin von 1880 bis 1980. Vom 1.10. bis zum 30.11. Außerdem Friedrich Seidenstücker, Fotografien 1925 bis 1958. Für das kommende Jahr kündigen wir eine Ausstellung über Eva Besnieu an, 1920 bis 2003. Nähere Informationen unter www.berlinischegalerie.de Geöffnet ist unser Haus am Montag und Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Die Berlinische Galerie ist das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Wir präsentieren Ihnen zur Zeit und bis zum Jahresende Kunst in Berlin von 1880 bis 1980. Vom 1.10. bis zum 30.11. Außerdem Friedrich Seidenstücker, Fotografien 1925 bis 1958. Für das kommende Jahr kündigen wir eine Ausstellung über Eva Besnieu an, 1920 bis 2003. Nähere Informationen unter www.berlinischegalerie.de Geöffnet ist unser Haus am Montag und Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Salü meine Lieben, hier ist wie jeden ersten Montag im Monat euer Anton mit interessanten Tipps für eure Freizeit. Kennt ihr James Cook, den berühmten Entdecker der Südsee? Wenn nicht, lohnt sich ein Besuch der Ausstellung im Historischen Museum Bern. Bis 13. Februar führt euch der Audio-Guide durch die Ausstellung. Jugendliche ab 13 werden bei Tours for Teens von jungen Cook-Kennern begleitet. Wer es abenteuerlich liebt, kann am 7. Januar von 19.30 bis 22 Uhr auf der beschneiten und beleuchteten 2,3 Kilometer langen Piste Krestfaller-Briegels die Abfahrt wagen. Infos bei der Talstation Briegels-Blauen Röhen. Skier können ausgeliehen werden. Ihr könnt noch nicht so gut Skifahren? Dann könnt ihr am 4. Januar auf Schlitten die Abfahrt spielerisch erlernen auf der Schlittenpiste Chentenalm. Anmeldung und Reservierung der Schneemobile bis 17 Uhr am Vortag bei der Schweizer Ski- und Snowboardschule Adelboden. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Salü meine Lieben, hier ist wie jeden ersten Montag im Monat euer Anton mit interessanten Tipps für eure Freizeit. Kennt ihr James Cook, den berühmten Entdecker der Südsee? Wenn nicht, lohnt sich ein Besuch der Ausstellung im Historischen Museum Bern. Bis 13. Februar führt euch der Audio-Guide durch die Ausstellung. Jugendliche ab 13 werden bei Tours for Teens von jungen Cook-Kennern begleitet. Wer es abenteuerlich liebt, kann am 7. Januar von 19.30 bis 22 Uhr auf der beschneiten und beleuchteten 2,3 Kilometer langen Piste Krestfaller-Priegels die Abfahrt wagen. Infos bei der Talstation Priegels-Blauen Röhen. Skier können ausgeliehen werden. Ihr könnt noch nicht so gut Skifahren? Dann könnt ihr am 4. Januar auf Schlitten die Abfahrt spielerisch erlernen auf der Schlittenpiste Chentenalm. Anmeldung und Reservierung der Schneemobile bis 17 Uhr am Vortag bei der Schweizer Ski- und im Radio. Hallo liebe Zuhörer, hier sind wir wieder mit unserem Veranstaltungskalender. Heiße Tipps, die die kalten Wintertage wärmer machen. Besuchen Sie auch in diesem Jahr den Augsburger Christkindlesmarkt vor dem Rathaus mit seiner über 500-jährigen Tradition. Vom 21.11. bis zum 24.12. locken mehr als 135 Stände mit weihnachtlicher Handwerkskunst. Da finden Sie für Ihre Lieben sicher schöne Geschenke zum Weihnachtsfest. Außerdem erwarten Sie himmlische Spezialitäten, heißer Glühwein und natürlich herrlich aromatische Lebkuchen, verlockendes Marzipan und knackige Bratäpfel. Und versäumen Sie nicht von Freitag bis Sonntag jeweils um 18 Uhr das traditionelle Engeless-Spiel, bei dem sich das Rathaus in einen richtigen Adventskalender verwandelt. Weitere Informationen unter www.augsburger-christkindlesmarkt.com Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo liebe Zuhörer, hier sind wir wieder mit unserem Veranstaltungskalender. Heiße Tipps, die die kalten Wintertage wärmer machen. Besuchen Sie auch in diesem Jahr den Augsburger Christkindlesmarkt vor dem Rathaus mit seiner über 500-jährigen Tradition. Vom 21.11. bis zum 24.12. locken mehr als 135 Stände mit weihnachtlicher Handwerkskunst. Da finden Sie für Ihre Lieben sicher schöne Geschenke zum Weihnachtsfest. Außerdem erwarten Sie himmlische Spezialitäten, heißer Glühwein und natürlich herrlich aromatische Lebkuchen, verlockendes Marzipan und knackige Bratäpfel. Und versäumen Sie nicht von Freitag bis Sonntag jeweils um 18 Uhr das traditionelle Engelessspiel, bei dem sich das Rathaus in einen richtigen Adventskalender verwandelt. Weitere Informationen unter www.augsburger-christkindlesmarkt.com Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio Eine Katze hat in Freiburg ihre Besitzerin ausgesperrt. Die Besitzerin der Katze stand auf ihrem Balkon, um zu rauchen. Die Katze sprang von innen an der Balkontür hoch und verschloss sie dabei. Die Besitzerin rief einen Nachbarn an, der einen Ersatzschlüssel hatte. Der konnte aber die Tür nicht aufschließen, weil der Schlüssel der Frau von innen im Schloss steckte. Schließlich musste die Polizei alarmiert werden. Ein Schlüsseldienst baute das gesamte Türschloss aus und befreite die frierende Frau. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine Katze hat in Freiburg ihre Besitzerin ausgesperrt. Die Besitzerin der Katze stand auf ihrem Balkon, um zu rauchen. Die Katze sprang von innen an der Balkontür hoch und verschloss sie dabei. Die Besitzerin rief einen Nachbarn an, der einen Ersatzschlüssel hatte. Der konnte aber die Tür nicht aufschließen, weil der Schlüssel der Frau von innen im Schloss steckte. Schließlich musste die Polizei alarmiert werden. Ein Schlüsseldienst baute das gesamte Türschloss aus und befreite die frierende Frau. Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Ziele 30 Sekunden Zeit. In Programme Sie nehmen an der Mozart City Tour teil. Mein Name ist Karin Kerner und ich begleite Sie auf der ca. 1,5-stündigen Rundfahrt in Salzburg, die Sie zu allen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt bringen wird. Auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem Leben des berühmtesten Sohnes der Stadt. Nach einer kurzen Fahrzeit von etwa 20 Minuten werden wir zuerst Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse besichtigen. Verwechseln Sie das bitte nicht mit Mozarts Wohnhaus, das heute nicht auf unserem Programm steht. Anschließend besuchen wir Schloss Mirabell und Schloss Hellbrunn. Den Abschluss unserer Tour bildet ein Besuch der Stiftung Mozarteum in der Schwarzstraße 26. Diese wurde im Jahr 1842 von den Bürgern der Stadt Salzburg gegründet. Ihre Aufgabe ist es, im Geiste Mozarts eine Brücke zwischen der Tradition und der heutigen Kultur zu schlagen. Die private Non-Profit-Organisation kümmert sich um die drei Bereiche Konzerte, Museen und Wissenschaft. Außerdem lädt die Stiftung unter dem Motto Ohren auf regelmäßig Kinder, Jugendliche und Familien zu Konzerten, Führungen, Workshops und Unterrichtsbesuchen ein. Genießen Sie nun die Rundfahrt durch Salzburg-Straßen, bis wir in die Getreidegasse kommen. So, von hier können wir in die Getreidegasse Nummer 9 gehen. Ich bitte Sie auszusteigen und mir in Mozarts Geburtshaus zu folgen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in einer kulturellen Begegnungsstätte, die alljährlich tausende Besucher aus aller Welt nach Salzburg zieht. Hier lebte die Familie Mozart 26 Jahre lang und zwar von 1747 bis 1773 im dritten Stock. Und hier wurde am 27. Jänner 1756 Wolfgang Amadeus Mozart geboren. Das sogenannte Hagenauer Haus war im Besitz eines Freundes der Mozarts, des Händlers Johann Lorenz Hagenauer. Im hinteren Teil des Hauses, in der ehemaligen Wohnung von Mozarts Nachbarin Babette von Moll, wurde 1985 eine bürgerliche Wohnung in Salzburg zur Mozartzeit eingerichtet. Hier werden Sie Möbel und Gegenstände des täglichen Gebrauchs sehen. In Mozarts Geburtshaus selbst wurde schon im Jahr 1880 von der Internationalen Mozart Stiftung ein Museum errichtet. Zu den berühmtesten Ausstellungsstücken zählen Mozarts Kindervioline und Briefe der Familie Mozart. Außerdem sind historische Instrumente, Urkunden, Erinnerungsstücke und eine Reihe von Porträts zu bewundern. Sie sehen hier auch das Ölbild Mozart am Klavier von Mozarts Schwager Josef Lange, das er leider nicht vollendet hat. Folgen Sie mir jetzt bitte zunächst in den dritten Stock und genießen Sie die Atmosphäre, sich im Haus eines der größten Genies aller Zeiten zu bewegen. Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Klavier Tagen du Stiftung sein motoizik. еня Ausstellungsstück SA apro рублей es drüben wir in Schatz NEM haben Investment atenção NEM 怒 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Los, jetzt zeig schon deine Fotos von den Ferien. Ja, warte. Ich muss erst mein Handy aus der Tasche holen. Wo ist es denn nur? Ah, ja, hier. Die Fotos sind nicht so super, mein Handy ist schon alt. Aber meine Eltern haben mir zum Geburtstag kein neues schenken wollen. Jetzt hör endlich auf, über dein Handy zu reden und zeig mir die Fotos. Ihr wart wieder in Griechenland? Natürlich, auf der Halkidiki, wie jedes Jahr. Wie, habt ihr ein Ferienhaus da? Ja, und deshalb fahren wir jedes Jahr dorthin. Warum? Gefällt es dir dort nicht? Naja, eigentlich ist es ja ganz schön dort, aber jedes Jahr? Ich würde lieber mal woanders hinfahren, etwas anderes sehen. Verstehe. Aber zeig jetzt mal die Fotos. Das ist euer Ferienhaus? Mhm. Und das ist der Strand? Echt klasse. Und das? Warte mal, nicht so schnell. Wer war denn das? Oh, niemand. Wieso niemand? Nun, zeig schon und sag, wer ist das? Und warum hast du ein Foto von ihm? Ähm, das ist, ähm, Andreas. Andreas? Ja, der hat mit meinem großen Bruder Tennis gespielt. Und du findest ihn toll? Erzähl! Ja, ich finde ihn toll, aber er hat schon eine Freundin. Mit mir hat er nicht einmal geredet. Und das Foto habe ich von meinem Bruder. Zufrieden? Okay, okay. Ist ja schon gut. Tut mir leid. Ja, okay. Jetzt zeig mal deine Fotos. Du weißt ja, wir waren in Österreich. Hier sind wir an der Saarlach zum Rafting. Und hier wandern wir. Und hier steigen wir auf den... Ach, ich weiß nicht mehr, wie der Berg heißt. Was? Und das alles mit deinen Eltern? Ja, mit meinen Eltern und meiner Schwester. Sind deine Eltern so aktiv und so sportlich? Ja, meine Eltern sind immer aktiv und sportlich. Und meine Schwester auch. Was hast du denn? Das ist doch fantastisch! Echt mal was anderes. Meine Eltern liegen immer nur am Strand oder beschäftigen sich mit dem Garten. Oder sitzen auf der Terrasse und lesen. Wir machen nicht mal einen Ausflug. Na also, ich würde ganz gern einmal in den Ferien nur am Strand liegen und faulenzen. Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Z Wert sieht weiter aus. Bis an, bis an, bis an. Bis an, bis an. Bis an bis an bis an. Vielen Dank. Die Moderatorin der Radiosendung School4U diskutiert mit den Schülern Lara und Simon zum Thema Darf ein Lehrer einen Schüler schlagen? Eure Christiane. Unser Thema heute Darf ein Lehrer einen Schüler schlagen? Und im Studio sind heute Lara und Simon. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ihr geht beide aufs Gymnasium in die elfte Klasse. Und wir haben euch eingeladen, weil auf eurer Schule ein Lehrer, nennen wir ihn Herrn X, eine Schülerin geschlagen hat. Ihm wurde sofort gekündigt. Der Lehrer hat geklagt und jetzt hat das Gericht beschlossen, dass ihm nicht gekündigt werden darf. Seid ihr mit dem Urteil einverstanden? Also ich finde es gut, dass Herr, äh, Herr X jetzt doch nicht entlassen wird. Außer den Freunden von der Schülerin, die er geschlagen hat, mögen ihn alle. Aber Lara, bei dem Urteil des Gerichts geht es doch nicht darum, ob Herr X bei den Schülern beliebt ist oder nicht. Natürlich nicht, aber wenn die meisten Schüler Herrn X mögen, dann heißt das doch, er ist ein guter Lehrer. Und da kann doch die Tatsache, dass er einmal eine Schülerin geschlagen hat, nicht so schlimm sein. Bist du etwa dafür, dass er entlassen wird? Selbstverständlich mag ich Herrn X auch, aber einen Schüler zu schlagen ist eine ernste Sache. Ich merke schon, an eurer Schule wird die Sache ganz schön heiß diskutiert. Welche Meinung hat denn die Mehrheit der Schüler? Das ist nicht so einfach zu sagen. Nur ganz wenige sind gegen die Wiedereinstellung. Natürlich sind die meisten dagegen, dass ein Lehrer einen Schüler schlägt, aber sie finden, dass dies eine ganz besondere Situation war. Ja, ich habe gelesen, dass das Gericht sein Urteil mit der besonderen Situation begründet hat. Die Schülerin soll den Lehrer als Erste geschlagen haben, und zwar auf seine verletzte Schulter. Wusste die Schülerin, dass sich der Lehrer an der Schulter verletzt hatte? Ja, natürlich. Die ganze Schule wusste das. Denn Herr X hat beim Basketballturnier mitgemacht, bei dem Schüler gegen Lehrer gespielt haben. Und da hat er sich verletzt. Aber ich glaube, dass das nicht das Wichtigste ist. Die Schülerin hat Herrn X geschlagen. Darf das eine Schülerin? Ihren Lehrer schlagen? Ich finde nicht. Genauso wie ein Lehrer eigentlich keinen Schüler schlagen darf. Ja, da muss ich Lara recht geben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so wie die Schülerin und ihre Freunde sich Herrn X gegenüber schon seit Wochen verhalten, also wenn ich Lehrer wäre, ich glaube, ich hätte sie schon lange einmal geschlagen. Ich weiß gar nicht, wie Herr X das schafft, immer so ruhig zu bleiben. In der Urteilsbegründung steht, dass das Gericht der Meinung ist, dass Herr X die Schülerin nicht schlagen wollte, sondern dass er automatisch reagiert hat, als Reflex sozusagen, als ihn die Schülerin auf die verletzte Schulter geschlagen hat. Aber, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass die Schülerin Herrn X geschlagen hat? Wie ich ja schon gesagt habe, verhalten sich diese Schülerin und ihre Freunde seit Wochen ganz furchtbar. Sie stören systematisch den Unterricht, ärgern Herrn X, und ich weiß, dass das Mädchen sogar gewettet hatte, dass sie es als erste schafft, dass Herr X seine Ruhe verliert und sie schlägt, damit er entlassen wird. Aber haben denn da die Lehrer, hat denn da die Schule nichts gemacht? Doch, natürlich. Der Schulleiter hat mit diesen Schülern gesprochen und auch die Eltern zu Beratungsgesprächen eingeladen. Dann ging es eine Zeit lang besser. Aber danach war alles wieder so wie früher. Ich mag zwar das Mädchen und seine Freunde nicht, aber ich glaube, sie haben ein wirkliches Problem und man muss ihnen helfen. Ich habe darüber auch mit meinen Eltern diskutiert. Diese Schüler haben keine anderen Freunde, nicht nur in der Klasse, auch sonst. Sie reden auch in der Pause praktisch mit keinem anderen. Und wir reden auch nicht mit ihnen. Das kann vielleicht ihr Verhalten erklären. Macht ihr denn sonst als Klasse irgendetwas gemeinsam? Ich meine, außerhalb des Unterrichts? Sowas wie Klassenpartys oder noch besser Klassenfahrten? Ja, so etwas in der Richtung. Nö. Jetzt eigentlich nichts mehr. Früher schon. Und eine Klassenfahrt haben wir das letzte Mal vor zwei Jahren gemacht, in der neunten Klasse. Bei uns an der Schule macht die zehnte Klasse keine Klassenfahrt. Und dieses Jahr wollten wir zwar eine machen, aber kein Lehrer wollte uns begleiten. Außer Herrn X. Aber ein Lehrer reicht nicht und die anderen hatten, glaube ich, Angst, die Verantwortung zu übernehmen. Auch früher bei den Klassenfahrten gab es an den ersten zwei Tagen immer einige Probleme mit dem Mädchen und ihren Freunden. Aber danach war es eigentlich immer sehr schön. Und sie haben dann auch bei allem mitgemacht. Wanderungen, Schnitzeljagd, gemeinsames Kochen und Basteln und so. Ich glaube, dass eine Klassenfahrt unserer Klasse guttun würde. Ich verstehe zwar, dass die Lehrer uns nicht begleiten wollen, aber schließlich muss doch irgendetwas getan werden. So kann das doch nicht weitergehen. Aber vielleicht... Vielleicht brauchen wir die anderen Lehrer gar nicht. Vielleicht denken wir uns selber ein Projekt aus, bei dem wir alle etwas gemeinsam machen. Nicht einfach eine Klassenparty. Das reicht nicht. Irgendwas, was interessanter ist und auch länger dauert. Wenn wir eine gute Idee haben, macht Herr X sicher mit. Ein gemeinsames Projekt? Das müsste natürlich etwas wirklich Interessantes sein. Und etwas, was nicht nur die Schule betrifft, sondern mehr Leute. Vielleicht das ganze Stadtviertel. Ja, ich glaube, Lara, da hattest du echt eine gute Idee. Lara, Simon, unsere Sendezeit ist leider vorbei. Ich danke euch für das interessante Gespräch. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück mit eurem Projekt. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo, es ist wieder soweit. Freitag, 17 Uhr, Zeit für School for You, die Sendung mit Schülern für Schüler. Die Moderation macht wie immer eure Christiane. Unser Thema heute Darf ein Lehrer einen Schüler schlagen? Und im Studio sind heute Lara und Simon. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ihr geht beide aufs Gymnasium in die 11. Klasse. Und wir haben euch eingeladen, weil auf eurer Schule ein Lehrer, nennen wir ihn Herrn X, eine Schülerin geschlagen hat. Ihm wurde sofort gekündigt. Der Lehrer hat geklagt und jetzt hat das Gericht beschlossen, dass ihm nicht gekündigt werden darf. Seid ihr mit dem Urteil einverstanden? Also ich finde es gut, dass Herr, äh, Herr X jetzt doch nicht entlassen wird. Außer den Freunden von der Schülerin, die er geschlagen hat, mögen ihn alle. Aber Lara, bei dem Urteil des Gerichts geht es doch nicht darum, ob Herr X bei den Schülern beliebt ist oder nicht. Natürlich nicht. Aber wenn die meisten Schüler Herrn X mögen, dann heißt das doch, er ist ein guter Lehrer. Und da kann doch die Tatsache, dass er einmal eine Schülerin geschlagen hat, nicht so schlimm sein. Bist du etwa dafür, dass er entlassen wird? Selbstverständlich mag ich Herrn X auch, aber einen Schüler zu schlagen ist eine ernste Sache. Ich merke schon, an eurer Schule wird die Sache ganz schön heiß diskutiert. Welche Meinung hat denn die Mehrheit der Schüler? Das ist nicht so einfach zu sagen. Nur ganz wenige sind gegen die Wiedereinstellung. Natürlich sind die meisten dagegen, dass ein Lehrer einen Schüler schlägt, aber sie finden, dass dies eine ganz besondere Situation war. Ja, ich habe gelesen, dass das Gericht sein Urteil mit der besonderen Situation begründet hat. Die Schülerin soll den Lehrer als Erste geschlagen haben, und zwar auf seine verletzte Schulter. Wusste die Schülerin, dass sich der Lehrer an der Schulter verletzt hatte? Ja, natürlich. Die ganze Schule wusste das. Denn Herr X hat beim Basketballturnier mitgemacht, bei dem Schüler gegen Lehrer gespielt haben. Und da hat er sich verletzt. Aber ich glaube, dass das nicht das Wichtigste ist. Die Schülerin hat Herrn X geschlagen. Darf das eine Schülerin ihren Lehrer schlagen? Ich finde nicht. Genauso wie ein Lehrer eigentlich keinen Schüler schlagen darf. Ja, da muss ich Lara recht geben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so wie die Schülerin und ihre Freunde sich Herrn X gegenüber schon seit Wochen verhalten, also wenn ich Lehrer wäre, ich glaube, ich hätte sie schon lange einmal geschlagen. Ich weiß gar nicht, wie Herr X das schafft, immer so ruhig zu bleiben. In der Urteilsbegründung steht, dass das Gericht der Meinung ist, dass Herr X die Schülerin nicht schlagen wollte, sondern dass er automatisch reagiert hat, als Reflex sozusagen, als ihn die Schülerin auf die verletzte Schulter geschlagen hat. Aber sag mal, wie kommt es eigentlich, dass die Schülerin Herrn X geschlagen hat? Wie ich ja schon gesagt habe, verhalten sich diese Schülerin und ihre Freunde seit Wochen ganz furchtbar. Sie stören systematisch den Unterricht, ärgern Herrn X, und ich weiß, dass das Mädchen sogar gewettet hatte, dass sie es als erste schafft, dass Herr X seine Ruhe verliert und sie schlägt, damit er entlassen wird. Aber haben denn da die Lehrer, hat denn da die Schule nichts gemacht? Doch, natürlich. Der Schulleiter hat mit diesen Schülern gesprochen und auch die Eltern zu Beratungsgesprächen eingeladen. Dann ging es eine Zeit lang besser. Aber danach war alles wieder so wie früher. Ich mag zwar das Mädchen und seine Freunde nicht, aber ich glaube, sie haben ein wirkliches Problem und man muss ihnen helfen. Ich habe darüber auch mit meinen Eltern diskutiert. Diese Schüler haben keine anderen Freunde, nicht nur in der Klasse, auch sonst. Sie reden auch in der Pause praktisch mit keinem anderen und wir reden auch nicht mit ihnen. Das kann vielleicht ihr Verhalten erklären. Macht ihr denn sonst als Klasse irgendetwas gemeinsam? Ich meine, außerhalb des Unterrichts? Sowas wie Klassenpartys oder noch besser Klassenfahrten? Ja, so etwas in der Richtung. Nö, jetzt eigentlich nichts mehr. Ja, früher schon. Und eine Klassenfahrt haben wir das letzte Mal vor zwei Jahren gemacht, in der neunten Klasse. Bei uns an der Schule macht die zehnte Klasse keine Klassenfahrt. Und dieses Jahr wollten wir zwar eine machen, aber kein Lehrer wollte uns begleiten, außer Herrn X. Aber ein Lehrer reicht nicht und die anderen hatten, glaube ich, Angst, die Verantwortung zu übernehmen. Auch früher bei den Klassenfahrten gab es an den ersten zwei Tagen immer einige Probleme mit dem Mädchen und ihren Freunden. Aber danach war es eigentlich immer sehr schön und sie haben dann auch bei allem mitgemacht. Wanderungen, Schnitzeljagd, gemeinsames Kochen und Basteln und so. Ich glaube, dass eine Klassenfahrt unserer Klasse guttun würde. Ich verstehe zwar, dass die Lehrer uns nicht begleiten wollen, aber schließlich muss doch irgendetwas getan werden. So kann das doch nicht weitergehen. Aber vielleicht... Vielleicht brauchen wir die anderen Lehrer gar nicht. Vielleicht denken wir uns selber ein Projekt aus, bei dem wir alle etwas gemeinsam machen. Nicht einfach eine Klassenparty. Das reicht nicht. Irgendwas, was interessanter ist und auch länger dauert. Wenn wir eine gute Idee haben, macht Herr X sicher mit. Hm, ein gemeinsames Projekt? Das müsste natürlich etwas wirklich Interessantes sein. Und etwas, was nicht nur die Schule betrifft, sondern mehr Leute. Vielleicht das ganze Stadtviertel. Ja, ich glaube, Lara, da hattest du echt eine gute Idee. Lara, Simon, unsere Sendezeit ist leider vorbei. Ich danke euch für das interessante Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück mit eurem Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.